Jeder Mensch möchte geliebt werden. Das ist eine Eigenschaft, welche uns alle verbindet. Und wer sich tatsächlich hinstellt und sagt, mir ist die Meinung der anderen völlig egal, ich brauche niemanden, es ist mir doch egal, ob mich jemand mag oder nicht, der lügt mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Allerdings haben viele von uns die Erfahrung gemacht, dass das nicht so recht klappen will, dass andere einen lieben, dass andere einen wertschätzen. Ja, viele Menschen sind sogar regelrecht allein oder erfahren immer und immer wieder Ablehnung durch andere. Es ist tatsächlich so, dass man, um ein positives Leben leben zu können, um eine gute Lebensqualität zu haben und auch um geliebt zu werden, natürlich das richtige Umfeld benötigt. Ohne das richtige Umfeld wird es mit dem Glücklichwerden im Leben nur schwerlich klappen. Um das richtige Umfeld in das eigene Leben zu ziehen, muss man authentisch sein. Viele Menschen sind allerdings nicht authentisch, sondern verstellen sich und ziehen somit immer und immer wieder die falschen Leute in das eigene Leben. Menschen, die einen eben nicht dafür lieben, wie man tatsächlich ist, sondern Menschen, die einen nur für Leistung und für eine Fassade anerkennen. Jetzt ist es allerdings so und da kommen wir zu einem ganz großen Paradox, das viele, viele Coaches da draußen zum Beispiel aufgebaut haben. Ein Paradox, das einem immer und immer wieder in der Persönlichkeitsentwicklungsszene auch begegnet. Nämlich das Paradox, dass man ja gerade deshalb erst angefangen hat, sich zu verstellen und sich somit anzupreisen und für Leistung, Anerkennung zu erwerben oder regelrecht zu erbetteln, weil es eben scheinbar mit diesem, sei einfach so wie du bist und dann finden sich schon die richtigen Leute, die dich dann lieben und wertschätzen usw. usf. gar nicht funktioniert hat. Ja, dieses Paradox werden wir in diesem Video auflösen, denn dazu gibt es noch einige Dinge zu sagen. Die allermeisten Leute, welche das Problem haben, dass sie auch als Erwachsene nicht geliebt und nicht gewertschätzt werden, vor allen Dingen nicht für das, was sie selber sind, haben diese Entwertung schon im Kindesalter erfahren, zum Beispiel durch die eigenen Eltern oder durch ganz massives Mobbing in der Schule oder was weiß ich. Jetzt ist es allerdings so, dadurch, dass man diese Entwertungen erfahren hat, dass man eben nicht diese Liebe erfahren hat, welche übrigens andere Kinder in aller Regel von ihren Eltern bekommen, durch ihr Umfeld bekommen, ist man von einem inneren Modus des Ich-Bin-Jemand. Ja, ich bin eine tolle Person, ich habe Menschen um mich herum, ich fühle mich reich und in Fülle, in einer Art Überlebensmodus geklappt. Das heißt, man hatte das Gefühl, dass nicht einmal die eigenen Eltern einen lieben und wertschätzen und man deswegen um Liebe und Anerkennung kämpfen muss. Ja, man hat ein Weltbild aufgebaut, dass wir uns in einer dunklen und kalten Welt befinden. Ja, man muss ständig um sein Überleben kämpfen. Das hat allerdings einen ganz, ganz großen Nachteil, nämlich, dass man niemals gelernt hat, ich sage einmal, zu scheinen, ja, eine liebenswerte Person als Erwachsener zu sein. Ich möchte das in diesem Video an dieser Stelle noch etwas genauer ausführen, was ich damit meine, nicht liebenswert zu sein. Ja, damit man geliebt wird, wir hatten das ja vorhin schon, und das mit der bedingungslosen Liebe scheint scheinbar nicht so einfach zu klappen, muss man es wert sein, geliebt zu werden, auf irgendeine Art und Weise. Denn tatsächlich, und das muss man ganz klar sagen, ist die Zeit der bedingungslosen Liebe, die Liebe in der Kindheit. Und Real Talk an dieser Stelle, wenn sich dieses Zeitfenster geschlossen hat, wird man wahrscheinlich in der Welt, in der Gesellschaft nie wieder jemanden finden, der einen, ja, so bedingungslos liebt, wie man es von den Eltern sich gewünscht hätte, oder wie andere Kinder von ihren Eltern bedingungslos geliebt wird. Wenn man erwachsen ist, Erwachsensein heißt, aus sich heraus in einer gewissen Art und Weise liebenswert zu sein. Das sehen wir schon alleine daran, dass wir, wenn wir uns jetzt einen Verbrecher oder ein richtiges Charakterscheusal vorstellen, dass man da ja auch nicht sagt, hey, ich liebe dich einfach so, wie du bist, ich liebe dich völlig, ja, bedingungslos, ich stelle keine Bedingungen an dich, sowie Ehrlichkeit, Redlichkeit oder was weiß ich. Nein, diese Menschen werden tatsächlich von anderen Menschen abgelehnt, zumindestens dann, wenn ihre vielleicht falsche Fassade auffällt. Ja, niemand, Fakt, Real Talk, niemand schätzt, sagen wir es mal so, niemand schätzt einen Menschen, der ein charakterliches Scheusal ist. Und hier zeigt sich eigentlich auch schon der Weg aus diesem gesamten Schlamassel, den wir hier haben. Naja, wir wollen geliebt werden, wir müssen es irgendwie wert sein, geliebt zu werden, sollen uns aber gleichzeitig nicht an andere anpreisen, sollen nicht um Liebe betteln, ja, vielleicht sogar unbedürftig zu wirken, weil wir dann ja nur unter massivsten Auswirkungen uns die Anerkennung anderer Leute irgendwie erkämpfen. Ja, was soll ich denn machen? Was ist denn jetzt der richtige Weg? Der richtige Weg ist es, eigene Werte zu haben, die man vertritt, dass man eigene Standpunkte hat, dass man hohe Ideale hat, zum Beispiel grundsätzlich für die Gemeinschaft etwas zu tun oder von sich aus Liebe an andere zu verbreiten, ja, solche Dinge. Das ist ganz, ganz wichtig und wenn man diese Werte hat und einen Wert zu haben, das heißt ja vor allen Dingen auch diesen Wert, dieses Ideal auch mal gegen andere zu verteidigen. Wenn man dafür also auch einmal eine Ablehnung erfährt, nicht unbedingt für sich, sondern für diesen Wert, den man da vertritt, ja, dann muss man auch mal dem anderen sagen, hey, du, pass auf, kann ja sein, dass du das nicht gut findest, aber es ist mein Wert, es ist mein Ideal, daran glaube ich und dafür kämpfe ich. So wird man von anderen geschätzt werden, so wird man es wert sein, geliebt zu werden, ohne sich gleichzeitig bei anderen anzupreisen. Das ist ganz, ganz wichtig. Man geht einem höheren Ideal nach. Das ist eine Sache, die hat man mehr oder weniger in sich selbst. Ganz wichtig ist es zu verstehen und hier schließt sich der Kreis, dass gerade diese Menschen, welche in ihrer Kinder- und Jugendzeit schon keine bedingungslose Liebe erfahren haben, teilweise gar nicht so ein Idealbild oder so ein Ideal des Schönen, des Wahren, aufgebaut haben, aufbauen konnten, denn sie sind ja gleich in den Überlebensmodus geklappt. Hand aufs Herz, die meisten Leute, die sich in diesem Überlebensmodus befinden, sagen zum Beispiel sogar, ja ich lehne andere Menschen ab, andere Menschen sind sowieso doof, die sind ja sowieso kalt, warum soll ich etwas Gutes für andere tun, wenn ich auch nichts bekomme? Ja, und da sind wir leider wieder genau in diesem Modus gefangen und verstehen auch, warum uns andere Menschen so wenig attraktiv finden. Wir liegen im Bett und warten darauf, dass jemand anderes kommt um uns zu lieben, anstatt dass wir rausgehen und Liebe an andere verschenken und dadurch selber liebenswert werden. Und ich kann euch versprechen, wenn man sein Leben an diesen hohen Idealen ausrichtet und auch wirklich etwas dafür tut. Ja, es reicht nicht im Bett liegen zu bleiben und einfach nur von den schönen Dingen zu träumen und zu sagen, ja ich finde es schön ehrlich zu sein, ich finde es schön etwas für die Gemeinschaft zu tun, aber letztlich nicht ehrlich zu sein, letztlich nicht rauszugehen und etwas für andere zu tun. Dann wird man auch Menschen um sich versammeln, die einen auch wirklich wert schätzen, die einen auch wirklich für das lieben, was man da tut, was man da verkörpert. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Wichtig, das ist auch der Weg, den ich wirklich nur jedem anempfehlen möchte. Ja, und mit diesen inspirierenden, hoffentlich inspirierenden Worten nicht darauf zu warten, von anderen geliebt zu werden, sondern Liebe zu verbreiten, in welcher Form auch immer, hohe Ideale zu haben, sich nicht hängen zu lassen und natürlich auch dieses Paradox ein bisschen aufzulösen, dass wir häufig das Gefühl haben, ja die ganzen Coaches sagen immer, sei so wie du bist, aber ich habe die Erfahrung gemacht, so wie ich bin, werde ich ja doch nicht anerkannt, werde ich ja doch abgelehnt. Wünsche ich natürlich auch allen von euch schöne Weihnachten. Ja, das hier wird mein kleines Weihnachtsvideo. Ich hoffe, dass ihr eine schöne Zeit mit eurer Familie oder Wahlfamilie verbringen könnt und ich hoffe natürlich fernab von dem ganzen Kommerz, dass ihr natürlich auch hohe Werte lebt, ja, hohe Werte leben könnt und natürlich das nicht nur jetzt, sondern auch später. Meine Lieben, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, für dieses kurze, knappe Video. Ich wünsche euch wie immer nur das Beste. Ich wünsche euch vorab schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich hoffe doch, wir sehen uns beim nächsten Mal.